Ja hallo, heute das angekündigte Video über diesen Ford Fiesta mit dem 1 Liter EcoBoost Motor mit dem Motorschaden und warum ist es so exorbitant teuer da einen lauffähigen Motor wieder rein zu machen. Viel Spaß! Ja bevor es los geht mit dem Video erstmal ein paar Infos zu dem Wagen. Ihr könnt auf der Seite auf jeden Fall erstmal die Fahrzeugdaten sehen und ich erzähle euch mal ganz kurz die Geschichte was mit dem Wagen passiert ist. Teilweise sind es Vermutungen, teilweise sind es gesicherte Informationen. Wie gesagt, ich werde euch das ganz genau erzählen. Also wir haben das Fahrzeug heute hier in die Halle gefahren. Es wird eine Reparatur sein, die sich über mehrere Tage hinzieht, wahrscheinlich sogar über mehrere Wochen. Das kommt ein bisschen darauf an, wie sich das Ganze jetzt ergibt. Das kann ich euch jetzt im Moment noch nicht genau sagen. Aber die Kundin hat auf jeden Fall schon mal grünes Licht gegeben, dass wir den Motor ausbauen sollen. Und es wird halt damit enden, dass der irgendwann wieder läuft, wie auch immer das passieren wird. Und es stehen im Moment Kosten von, ich sag mal im Voraus grob 10.000 Euro im Raum. Und wie das kommt bei einem Ford Fiesta mit so einem kleinen Nähmaschinenmotor, warum das 10.000 Euro da im Raum stehen und warum die Kundin das überhaupt hat machen lassen und wieso überhaupt, ob sich das lohnt und so weiter. Das gucken wir uns jetzt alles mal ganz in Ruhe an. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt erst mal den Motor an sich an. Ich erzähle euch erst mal so ein bisschen die Vorgeschichte davon. So, jetzt erst mal ein paar Fakten noch mal zu diesem Fahrzeug. Und zwar machen wir das jetzt hier nicht, um jemanden bloßzustellen. Und spart euch bitte die Kommentare von wegen Frau am Steuerungeheuer oder sonst etwas. Also, es geht nur um die Fakten. Es geht auch nicht darum, um Ford irgendwie bloßzustellen oder zu zeigen, wie doof die sind oder sonst irgendwas. Nein, das würde ich nie behaupten. Sondern es geht darum, möglichst zu sensibilisieren, dass wenn ihr selber so ein Fahrzeug habt, euch nicht das gleiche Missgeschick passiert. Also, Punkt 1. Die gute Frau hat ein Fiesta gekauft, ein Liter EcoBoost Motor, hat den Wagen gefahren, hat ihn ziemlich lange gefahren und hat ihn auch ziemlich lange gefahren, ohne wirklich das Öl zu wechseln, bis der Zahnriemen sich aufgelöst hat, quasi alle Kanäle zugesetzt hat. Und ja, es kam zu einer Mangelschmierung und der Wagen ist zu einem Ford-Kollegen gegangen. Und die haben den Zahnriemen gewechselt, alles sauber gemacht, alles wieder wunderbar, Motor lief wieder klasse. Dann hat dieser Kollege noch gesagt, ja, achte bitte darauf, dass der Ölwechsel regelmäßig gemacht wird, sonst passiert wieder das Gleiche. So, dann war sie auch bei uns, hat auch einen Ölwechsel machen lassen und jetzt ist der Wagen wieder reingekommen, hat ganz komische Geräusche gemacht. Dummerweise war jetzt der Ölwechselintervall doch wieder überzogen und zwar relativ deutlich um, ich glaube, 11.000 Kilometer. Wir haben halt geguckt, was klingt der Wagen so komisch. Und dann haben wir den Ölmessstab mal gezogen und haben festgestellt, naja, daran kann es wohl nicht liegen, war ja kein Öl mehr drin. So, also haben wir einen Liter Öl aufgefüllt und es zeigte sich immer noch kein Öl am Ölmessstab. Also haben wir noch einen Liter aufgefüllt und es zeigte sich immer noch kein Öl am Ölmessstab. Also haben wir noch einen Liter aufgefüllt und dann waren wir auch wieder beim Minimum. Dann haben wir den Wagen nochmal laufen lassen und der klang immer noch ganz doof und hier könnt ihr das mal hören. Also er klingt auch nicht nur oben komisch, sondern auch unten aus der Ölwanne klingt es sehr merkwürdig. Könnt ihr hier mal hören. Hier seht ihr den Motor nochmal komplett im Überblick. Wie der Motor lief, habt ihr ja gehört. So und jetzt besteht natürlich folgende Problematik. Also wir gehen davon aus, dass hier eine Mangelschmierung vorlag. Also sprich, es ist nicht genug Öl rundgepumpt worden, um wirklich alle Schmierstellen zu erreichen. Das war einmal aufgrund eines verstopften Siebes an der Ölpumpe und jetzt nochmal aufgrund zu wenig Öl. Also da wird ja auf jeden Fall irgendwie, der Ingenieur, der das konzipiert hat, hat ja nicht gesagt, naja, wir machen da fast fünf Liter Öl rein, nur so zum Spaß. Der hat sich ja wahrscheinlich was dabei gedacht. So und wenn man auf einmal nur noch mit anderthalb Liter oder so durch die Gegend fährt, naja, dann ist es einfach zu wenig. So und es besteht also die Möglichkeit einmal, dass der Motor selber in Mitleidenschaft gezogen worden ist. Pläule, Nockenwellen, whatever. Kurbelwellenlager, Kolben, Kolbenwandungen, das kann alles sein. Es kann sein, dass hier der Turbolader eine Mangelschmierung bekommen hat. Normalerweise kriegt er ja über diese Leitung Frischöl und die Welle vom Turbolader sitzt ja genau hier drin. Und Moment, ich mache das mal ein bisschen anders. Zack. Die sitzt ja genau hier drin und die schwimmt ja im Öl. Das heißt, durch die Rotation schwimmt die im Öl auf. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht. Das verlinke ich euch natürlich. Und in dem Moment, wenn nicht genug Öl nachkommt, ja, dann kann auch hier der Turbolader beschädigt werden. Dann haben wir hier die Vakuumpumpe. Die Vakuumpumpe hat auch eine eigene Ölversorgung und da sitzt ja auch ein Sieb drin. Das heißt, dieses Sieb war beim ersten Mal verstopft. Da ist entsprechend nicht genug Öl durchgekommen. Das ist ziemlich sicher. Und jetzt, nachdem halt zu wenig Öl drin ist oder drin war in dem Wagen, wird auch wieder da eine nicht ausreichende Schmierung gewesen sein. Also das sind unsere Befürchtungen, die wir so haben. Und ja, was soll ich sagen? Jetzt kommt der Motor raus und es geht weiter, wenn der Motor daneben liegt. Und jetzt kommt der Motor raus. Und jetzt kommt der Motor raus. Ja, der Motor ist draußen. Da ist er, der Gute. Und wir gucken uns den auch zusammen an, weil da kann man sehen, warum der so geklackert hat, was da der Grund war. Und dann gucken wir uns mal zusammen an, wieso diese ganze Nummer nachher irgendwie so um die 10.000 Euro kostet. Und ob das überhaupt gerechtfertigt ist, das gucken wir uns auch an. Und ob man das in so ein Auto investieren sollte, auch das gucken wir uns an. Aber ich würde sagen, wir fangen erst mal damit an, dass wir uns den alten Motor angucken. Dafür hole ich gleich die andere Kamera noch mit dazu, damit ich nicht immer mit dem Handy rumhantieren muss. Und dann würde ich sagen, damit fangen wir an. Hier seht ihr den alten Motor. Ein Teil der einzelnen Bauteile liegen noch da hinten. Ein anderer Teil hängt schon da an dem neuen Motor. Und wie gesagt, jetzt gucken wir uns erst mal zusammen an, was hier diese Klappergeräusche verursacht hat. So, und jetzt nehme ich natürlich doch wieder mein Handy zur Hilfe, weil nur so kann man es wirklich sehen. Also das ist ja ein Einblick, den ihr schon x-mal gesehen habt jetzt in meinen Videos. Immer die Kurbelwelle und hier ist das Ölsieb, was sich ja immer wieder zusetzt von der Ölpumpe. Und wenn wir da mal ein bisschen näher rangehen, dann seht ihr, also es sind keine Fusseln drin. Es ist irgendwas anderes drin und das holen wir jetzt mal zusammen raus. Tja, das, meine Freunde, ist ein Stück Kolben und wie soll ich sagen, es sollte nicht in Bruchstücken vorliegen, sondern es sollte schon ein einheitliches Gebilde sein, so ein Kolben. Ich hoffe, das könnt ihr im Video sehen. Da hinten in der Ecke. Da könnt ihr auf die Bruchkante gucken. Da seht ihr genau auf die Bruchkante vom Kolben. So, ihr habt gesehen, der Kolben ist gebrochen, das heißt der Motorschaden definitiv ist da. Der Motor hatte jetzt schon mehrere Male eine Mangelschmierung und dementsprechend haben wir uns dazu entschlossen, der Kundin zu raten, einen Austauschmotor zu nehmen. Also wir haben der Kundin auf jeden Fall jetzt zu einem Austauschmotor geraten. Und sie hatte dann also so mit circa 2000, 3000 Euro gerechnet. Und als ich ihr präsentiert habe, wo die Reise denn wirklich hingeht oder was wir zumindest empfehlen, da war sie erstmal etwas sprachlos und auch schockiert, glaube ich. Ich habe ja dann aber versucht zu erklären, warum das so ist und das möchte ich euch versuchen auch zu erklären, warum wir das so machen oder warum wir das dem Kunden so vorschlagen, wie wir es dem Kunden vorschlagen. Und dazu gucken wir uns jetzt gleich mal das an, was hier liegt in Verbindung mit den Motoren. Ich würde sagen, wir fangen hier gerade mal mit dem Motor an. Das ist also kein Originalmotor, das heißt, es ist natürlich schon ein Originalmotor, aber es ist keiner, den Ford geliefert hat. Wir haben ja schon mal ein Video gemacht, wo wir einen Austauschmotor eingebaut haben. Dann hatten wir einmal einen gebrauchten Motor, hatte ich mal im Video gezeigt. Und wir hatten mal einen originalen Ford Motor. So, wir haben uns aber jetzt hier entschieden für einen Motor, der ist überarbeitet. Hier von der Firma Meier Motoren. Das ist übrigens keine Werbung, die haben mich nicht bezahlt dafür oder sonst irgendwas, sondern das ist wirklich das, was wir jetzt bei der Kundin in das Auto einbauen werden. Und wie gesagt, er ist überarbeitet von der Firma Meier Motoren und ist aber schon ein Ford Motor. Und wir haben hier schon angefangen, diverse Teile umzubauen. Also sprich, die Lichtmaschine ist schon mal umgebaut, die Wasserpumpe war schon dran. Der hat Zündkerzen. Ich weiß nicht, kann man es sehen? Zündkerzen sind schon drin. Ja, da kann man sie sehen. Ja, also hier diese Firma Meier Motoren, die ist ein Motoreninstandsetzer und die kümmern sich eben darum, dass Motoren wieder repariert werden. Die haben sich jetzt auch so ein bisschen auf diesen EcoBoost Motor hier eingeschossen, weil da wollen halt nicht so viele Leute dran gehen. Und die machen das eigentlich mittlerweile sehr souverän und ist so ein bisschen zum Topseller mutiert. Und wie gesagt, das ist jetzt wieder kein Rant hier gegen Ford oder so. Ich kann ja nichts dafür, dass das einfach ein Bedarf ist an diesen Motoren und dass es eben Leute gibt, die diesen Bedarf decken. Wenn es euch übrigens interessieren würde, was Meier Motoren zu diesen Fahrzeugen hier sagt oder zu diesen Motoren und wie die arbeiten und überhaupt, was ist denn das für ein Laden, dann schreibt es mir einfach mal in die Kommentare. Dann werde ich mich mal ans Telefon setzen und versuche mit denen Kontakt aufzunehmen. Also schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Also mich würde es interessieren, aber wenn ihr es nicht sehen wollt, dann wäre es ja Zeitverschwendung, da in den Norden der Republik zu fahren, um sich das anzugucken und nachher will es keiner sehen. Also schreibt es einfach in die Kommentare, ob euch das interessieren würde. Und wenn ich dann mit Meier Motoren Kontakt aufnehmen soll, dann kann ich immer sagen, wenn ihr viel geschrieben habt, guckt mal, da besteht Interesse. Die Leute wollen es sehen und es interessiert sie einfach. Wenn ihr übrigens so einen Motor mal kaufen wollt, dann könnt ihr nicht einfach zu Meier Motoren hinfahren und sagen, hier so ein Ding will ich haben, das funktioniert leider nicht. Die werden vertrieben über den Großhandel. Das bedeutet, über die Händler, über die wir unsere Teile beziehen, kriegen wir auch diese Motoren und da würdet ihr entsprechend dann auch die Motoren beziehen können. Und wenn ihr sowas kaufen wollt, dann müsstet ihr bei einem entsprechenden Großhändler einfach anfragen, ob der euch sowas liefern kann. So, aber dieser Motor kostet ja keine 10.000 Euro und auch mit Einbau kostet dieser Motor keine 10.000 Euro. Da kommen noch so ein paar andere Sachen hinzu und das seht ihr hier. Und auch hier ist es keine Werbung, sondern das ist das, was wir wirklich bei der Kundin jetzt in das Auto einbauen. Es geht hier zum Beispiel um Einspritzdüsen, weil die Einspritzdüsen ja das Problem mit den Zahnriemen durchaus manchmal verursachen. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Wenn ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr das, ich werde euch das verlinken, hier links in der Ecke oder in der Videobeschreibung. Also neue Einspritzdüsen bekommt der Motor, der Wagen kriegt eine neue Kupplung, weil der Wagen hat ja auch schon über 150.000 Kilometer gelaufen. Und es wäre ja ärgerlich, wenn das jetzt so vor einem liegt und in einem halben Jahr geht die Kupplung kaputt. Und dann fängt man an, das Getriebe rauszunehmen und verursacht da wieder neue Kosten. Und wenn das passiert, dann sind die Kosten auch um ein Vielfaches höher als das, was wir jetzt an Mehraufwand haben. Des Weiteren haben wir hier eine neue Vakuumpumpe. Die Vakuumpumpe ist ja auch so ein Punkt, der mit Öl versorgt werden muss und wo es halt zu Problemen kommen kann. Also das ist auch kritisch. Wir wollen nicht, dass sie kaputt geht und irgendwelche Teile womöglich in den Motor reingeraten. Oder eben, dass einfach die Bremsleistung nicht da ist und die Kundin einen Unfall hat. Das wollen wir natürlich auch nicht. Also machen wir die Vakuumpumpe entsprechend nach Absprache mit der Kundin auch neu. Und natürlich der Turbolader. Wie gesagt, mehrere Male eine Mangelschmierung. Und zu dem Turbolader und der Schmierung vom Turbolader habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Das findet ihr hier in der Ecke oder in der Videobeschreibung, das Übliche. Also mehrere Male beim Turbolader eine Mangelschmierung ist nicht optimal. Man kann zwar augenscheinlich nicht sehen am Turbolader. Ich hole den mal gerade her. Das ist der alte Turbolader und ich weiß, man kann hier natürlich an der Welle wackeln und gucken, ob hier Spiel entstanden ist. Es ist auch Spiel da. Aber um es wirklich beurteilen zu können, müsste man den Turbolader natürlich zerlegen. Und den Turbolader zu zerlegen, beurteilen und wieder einbauen. Und dann ist es immer noch der alte Turbolader. Dieses Geld zu investieren, ist ja Quatsch. Dann geht man besser hin und kauft einen komplett neuen Turbolader. Der ist jetzt hier von BE Turbo. Mit dem haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht. Und sie sind nicht wirklich billig oder so, aber es nützt ja nichts. Es soll ja funktionieren. Und das hier ist jetzt ein Set. Das bedeutet, da ist nicht nur der Turbolader drin. Ihr seht, dass der Karton etwas überdimensioniert dafür wäre. Sondern da sind auch die entsprechenden Dichtungen drin und Leitungen und so weiter und so weiter. Also alles, was wir brauchen, um den Turbolader nachher an dem Motor zu befestigen. Unter anderem, das hier ist eine kombinierte Dichtung- und Hitzeschutzblech. Und die gehen auch schon mal kaputt. Und dann strahlt der Turbolader seine Hitze in Richtung der Vakuumpumpe aus. Und das ist natürlich auch nicht der Bringer. Das heißt, diese Dichtung müssen wir sowieso erneuern. Die ist ebenfalls mit in dem Set enthalten. Und dann haben wir natürlich noch jede Menge Dichtungen, die einfach erneuert werden müssen, um das Ganze nachher auch dauerhaft dicht zu kriegen. Dass die Kundin jetzt nicht nur 1000 Kilometer Spaß an dem Auto hat, sondern eben möglichst lange. Falls ihr euch übrigens fragt, was es mit den Handschuhen auf sich hat, das sind Zauberhandschuhe. Das heißt, die verschwinden und kommen wieder ganz nach ihrem eigenen Wunsch. Übrigens, was ich noch gut finde an den Motoren von Meier-Motoren, sind übrigens, die kommen in solchen Gitterkäfigen. Das heißt, sie kommen nicht irgendwie auf einer Palette oder sowas, wie das halt manchmal ist, wenn man einen Gebrauchtmotor kauft, irgendwo im Netz, aus einem Schrottauto oder sowas. Die kommen ja üblicherweise auf einer Palette irgendwie fest und gut ist. Die kommen wirklich in einem extra dafür bereitgestellten Gestell. Da passt der Motor genau rein. Der ist da safe. Das heißt, selbst wenn der umkippt, da bricht nichts ab oder sonst irgendwas. Nein, der steht gut. Und da ist der Motor auch geschützt und kann dann auch, ich sag mal, sorglos ins Auto eingebaut werden. Ich würde aber sagen, wir gucken uns jetzt zusammen an, ob dieser ganze Aufwand wirklich in der richtigen Relation ist. Und dafür gehen wir mal zusammen ins Büro. Kommt mit. So, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal zusammen an und gucken mal zusammen durch, wieso die Kosten bei so einem Nähmaschinenmotor oder bei einem Kleinmotor, wie auch immer, warum die so hoch sind. Das führt ja immer wieder zu Diskussionen in den Kommentaren. Und die magische Grenze sind ja diese 10.000 Euro. Und die habe ich ja auch schon einige Male erwähnt. Und die Frage ist einfach, bist du verrückt? Wie kann das sein? Und das gucken wir uns jetzt mal zusammen an. Ich habe dafür eine Tabelle vorbereitet. Und ich würde sagen, wir nehmen den ersten Artikel direkt mal mit rein, weil dann kann man es viel besser erklären. Ist eigentlich aufgebaut für eine Rechnung. Hier steht, was es ist. Der Preis. Das hier ist der Nettopreis. Hier sind die Mehrwertsteuer. Das ist dann der Gesamtpreis. Und der zeigt sich hier oben nochmal in groß. Und hier steht, wie viele von diesen Produkten oder von diesen einzelnen Artikeln da nun wirklich auftauchen in der Rechnung. Also hier ist es eben der Austauschmotor, der nicht von Ford ist, sondern von Meier-Motoren. Und ja, hier werden es eben einmal 3.090 Euro. Und ja, das ist so die erste Position. Und genau da hapert es schon bei den ersten. Die meisten sagen, ja, der Motor, der kostet doch nur 3.000 Euro. Wieso kostet die ganze Nummer dann 10.000 Euro? Ja, und das gucken wir uns, wie gesagt, jetzt mal zusammen an. Der Motor alleine ist es ja nicht. Und zwar, hier seht ihr die Frachtkosten. Der Motor, der nützt uns ja nichts, wenn der irgendwo in Hamburg liegt. Der muss ja zu uns kommen. Und das übernimmt natürlich eine Spedition, weil der ist zu schwer, um ihn in einen Briefumschlag oder in ein Paket zu packen. Also ist es eine Speditionsware. Ja, mit einem LKW kommt der Motor hier an. Und die wollen ja dummerweise auch Geld dafür haben. Die müssen ja ihren LKW bezahlen, den Fahrer bezahlen, Maut bezahlen, etc. Und dementsprechend kostet das Geld. Und hier in dem Falle sind es eben 108 Euro. So, und hier nehmen wir schon den nächsten Artikel mit rein. Das ist die Vakuumpumpe von Pierburg. Ich habe ja in einem Video schon mal erzählt, dass es auch schon mal zu Problemen kommt mit Benzin im Öl. Wenn ihr das nicht kennt, das Video, das könnt ihr hier oben nochmal sehen. So, und weil das eben schon mal ein Problem ist und der Motor ja eben auch schon mal 150.000 Kilometer gelaufen hatte, haben wir hier gesagt, gut, wir nehmen neue Einspritzventile und bauen die natürlich auch ein in den Motor. Hier sind es drei Stück an der Zahl. A 98 Euro. Kommen wir auf 294 Euro. Und dann haben wir nachher einen Gesamtpreis von 4.593 Euro. Und damit ist es ja natürlich nicht getan. Es geht ja weiter. Wir haben natürlich gesagt, hey, die Kupplung liegt schon daneben. Also kommt ein Kupplungssatz rein. 420 Euro. Und schon sind wir über den 5.000 Euro. Die nächste Position wäre der Turbolader. Das hier ist ein Zubehörsatz von der Firma BT. Und in diesem Satz ist halt alles dabei. Da sind Leitungen mit dabei. Da sind Dichtungen sind da mit dabei. Und dementsprechend kostet der auch ein bisschen mehr, als wenn ihr jetzt bei Ford nachguckt. Und guckt, Mensch, da kostet der Turbolader ja viel weniger. Ja, hier ist viel. Also hier ist der Paketinhalt ist einfach ein höherer. Und wenn ihr das alles einzeln kauft, ja, dann seid ihr eben doch bei dem Preis oder eben bei einem noch höheren. Das nächste wäre eine Dichtung. Ist zwar Kleinkram, aber kommt mit rein. Ich weiß gar nicht genau, welche Dichtung das ist. Das hier ist der Stößel der Kraftstoffpumpe. Der war eingelaufen und dementsprechend wurde er ersetzt. Sind zwar nur 26 Euro, aber es läppert sich. Also Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist. Das hier ist auch wieder ein Dichtring. Den gibt es wahrscheinlich nur von Ford oder der war nicht verfügbar von L-Ring oder von wem auch immer. Also, ja, Dichtring mit rein. Noch eine Dichtung mit rein, klar. Hier 14,33. Aber Kleinvieh, wie gesagt, macht Mist. Das hier war ein Magnetschalter. Der war gar nicht geplant. Wir haben nur gesehen, dass der nicht mehr in Ordnung ist. Und dementsprechend haben wir den getauscht. Auch da, wir möchten ja keinen Ausfall von dem Motor haben, weil wir jetzt auf 39 Euro, naja, weil wir zu ängstlich waren, diese 39 Euro auszugeben oder wie auch immer ihr das ausdrücken wollt. Das ist ja am falschen Ende gespart. Also wird dieser Magnetschalter natürlich auch getauscht. Jetzt kommen ein paar Schrauben. 3,10 Euro, 6 Stück verbaut. Ja, 6 Stück verbaut. 18,60 Euro. Mittlerweile sind wir bei 6460. Und schon geht es weiter mit dem Motorenöl. 4,5 Liter, also 4,6 Liter. Allerdings wurden vorher bei der Diagnose schon mal 3 Liter aufgefüllt. Und dieses Öl haben wir natürlich nicht wiederverwendet, weil da könnten ja Späne oder sonst irgendwas drin sein. Das heißt also, die ersten 3 Liter, die wir vorab eingefüllt haben, die sind einfach in die Tonne gegangen, auf gut Deutsch, beziehungsweise in die Entsorgung. Und die tauchen jetzt hier natürlich wieder auf. Jetzt kommen diese ganzen Flüssigkeiten. Hier ist Kühlerfrostschutz und Bremsflüssigkeit. Ja, und auch hier kann man über die einzelnen Preise gerne diskutieren. Aber wir sind hier nicht im Discounter oder sonst was. Wir sind in der Werkstatt. Die Werkstatt ist bei solchen Verbrauchsmaterialien, die ist teurer als das, was ihr bezahlt, wenn ihr es im Internet bestellt. Da braucht man nicht drüber zu diskutieren. Wenn ihr übrigens mal ein Video sehen wollt, warum Werkstätten teurer sind als das, was ihr so im Internet bestellt habt. Also warum kostet der gleiche Bremsbelag um ein Vielfaches mehr, wenn der in der Werkstatt gekauft wird? Oder warum kostet das Öl mehr? Oder, oder, oder. Dafür gibt es eine Begründung. Das ist nicht nur, weil wir uns die Taschen voll machen, bis wir kotzen müssen. Sondern dafür gibt es eine Begründung, dass das da ist. Und wenn ihr darüber mal ein Video sehen wollt, schreibt es mir mal in die Kommentare. Dann drösel ich euch das auch mal auf. Weil ich glaube, davon machen sich viele gar keinen Begriff, warum Teile oder Verbrauchsmaterialien in der Werkstatt teurer sind, als wenn man sie zum Beispiel bei Autoteile XY im Netz kauft. Wie gesagt, schreibt es in die Kommentare. Aber jetzt würde ich sagen, machen wir erstmal hier weiter. Ja, das hier sind zwei Nockenwellensensoren. Auch hier, wir wollten die Sensoren eigentlich gar nicht tauschen. Die waren völlig in Ordnung. Das Problem waren die Dichtungen. Die Dichtungen waren nicht in Ordnung. Und die Dichtungen gibt es wieder mal nicht einzeln. Die gibt es nur in Verbindung mit dem Sensor. Und jetzt sind halt eben nicht 5 Euro Dichtungen, sondern 50 Euro zwei Sensoren. Ich kann es leider nun mal nicht ändern. So, mittlerweile sind wir bei 6.698 Euro angekommen. Aber es geht natürlich weiter. Der Wagen hatte auch, der war auch TÜV-fällig. Das heißt, es sind ein paar TÜV-Mängel behoben worden. Und ist die Abgasuntersuchung gemacht worden und so weiter. Und da kommen nochmal ungefähr 300 Euro drauf. So, last but not least ist es hier noch die Montage. Das ist ja nicht nur das Ein- und Ausbauen vom Motor. Das geht vorher um die Diagnose von dem Motor. Es geht um, eventuell auch um Beschaffung von Teilen, wenn man irgendwas holen fährt oder sonst irgendwas. Das spielt alles irgendwie mit da rein. Und das ist nicht nur das reine Rausschrauben, Reinschrauben. Es ist auch das Abkratzen einer Dichtung oder sonst irgendwas. Es spielt alles eine Rolle. Es läuft alles mit hier rein. Und natürlich, auch das kostet Geld. Und das schlägt natürlich auch mit einer gewissen Summe zu Buche. Und naja, jetzt kommen wir schon bei 9.197 Euro an. Und das ist auch der Endkurs. So, jetzt stellt sich natürlich die Frage, wir haben Reparaturkosten. Von 9.200 Euro. Lohnt sich das denn in so eine alte Möhre Geld reinzustecken? Und ich würde sagen, wir gehen mal auf Mobile und schauen mal, wie solche Fahrzeuge gehandelt werden. Und dafür nehmen wir einen Ford. Ne, Ferrari nehmen wir nicht. Einen Ford. Einen Fiesta. Erstzulassung. Machen wir jetzt 2015. So wie das hier auch der Fall ist. Kilometer. Machen wir bis 160.000 Kilometer. Und wir nehmen weitere Filter. So, 2015, 2016. So in dem Dreh. Und wir versuchen das weiter einzuschränken mit 140.000, 160.000 Kilometer. Und wir suchen Hubraum. Und wir suchen einen schwarzen, wenn möglich. Okay, wir haben das jetzt weitestgehend eingegrenzt. Und gucken mal, was uns da angezeigt wird. Ford Fiesta, 5 Thürich. Mit 148.000 Kilometer. Ein Liter Motor. Preis 7.200. Ja, wir gucken mal weiter. Wir suchen uns mal den billigsten raus. Niedrigsten zuerst. So, Ford Fiesta, 1 Liter EcoBoost Motor. 141.000 Kilometer. 5.700 Euro. 5.700 Euro. Schaltgetriebe, Benziner. Oh, hier hat es irgendwie, sieht es aus, als ob der massiv verdellt ist. So, also 5.700 Euro von Privat, ja. Das bedeutet, man hat keinerlei Gewährleistung, gar nichts. Und man weiß nicht, was man kauft. So, also. Man zahlt von Privat ungefähr 6.000 Euro. Vielleicht handelt man die runter. Man zahlt 5.000 Euro, ja. Und kauft ein gebrauchtes Fahrzeug mit einem Motor, der nicht kalkulierbar ist, weil man nicht weiß, wie der Zahnriemen aussieht. Man kauft ein Fahrzeug, wo man nicht weiß, ob der schon mal irgendwas hatte, ob der Tobolader in Ordnung ist. Man kauft wahrscheinlich ein Fahrzeug mit einer gebrauchten Kupplung und so weiter und so weiter. Und diese Reparaturen muss man ja irgendwie einkalkulieren. Der Zahnrebenwechsel sind rund 2.000 Euro. Es ist ja auch völlig egal, ob es jetzt 1.500 oder 2.200 sind. Also ich sage einfach mal rund 2.000 Euro. Die Kupplungen sind auch nochmal bestimmt 1.000 Euro, wenn man sie einzeln austauscht. So, und jetzt hier in dem Falle hat man ein Auto, was frisch durch den TÜV gegangen ist, was eine neue Kupplung hat, was einen neuen Turbolader hat, Turbolader auch wieder mit Gewährleistung, einen Austauschmotor mit Gewährleistung und so weiter und so weiter. So, und dann muss jeder für sich selber entscheiden, ob einem das wert ist, in dieses Auto Geld zu stecken und einfach zu wissen, was man hat oder die Katze im Sack zu kaufen, auch wenn die Katze im Sack etwas billiger ist. Man kann den Mörder Deal machen, man kann aber auch ganz furchtbar damit auf die Schnauze fallen. Ja, und ich würde sagen, vielen Dank fürs Gucken. Rechts und links kommt ihr wie immer zu meinen anderen Videos. Über das Logo hier könnt ihr ein Abo dalassen, wenn ihr wollt. Wenn ihr das noch nicht getan habt, würde ich mich sehr darüber freuen. Und vielen Dank fürs Gucken, macht's gut, bis zum nächsten Mal und tschüss.